Ja, grüß euch meine Lieben, das ist der Alex wieder aus Kambodscha, heute mal, so wie der Name schon sagt, Kambodscha, so wie ihr es wahrscheinlich noch nicht gesehen habt, das ist ein Dorf 200 Kilometer abgelegen von Siem Reap und da werde ich euch heute zeigen, wie man so ins neue Jahr reinfeiert, wie sie so tanzen und wie sie so kochen, bis in den frühen Morgenstunden und ja, ist glaube ich ein interessantes Video. Schaut euch das an, ich melde mich dann nochmal am Ende des Videos, also viel Spaß. . . . Wow, das ist hier. Untertitelung. BR 2018 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 Das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, 2017